so hallo liebe freunde auf youtube wie geht es euch schreibt in die kommentare hier sind wir wieder bei dem spiel indiana jones and the fate of atlantis ja das ist der vierte teil der spiel saga so gehen wir hier mal lang gehe zu eisbedecktes objekt schauen wir mal an mit der rechten maus das ist die europäische gerät reise und pardon me er hat eine coole stimme ich dachte sie buddeln nach gräbern in dänemark i thought you were digging up norse graves in denmark i was obviously now i'm not not feeling very friendly today are we i like solitude it helps me think doctor what do you expect to find here the secret of hyperbarria that's what the greeks called iceland you know you've read how they sailed north to a fog shrouded land and how they never set foot upon it ha after traveling thousands of miles mere fog wouldn't turn them back some idiots claim they were retails by ghosts der Ich weiß nicht, dass du ihn wirklich verletzt hast, Björn? Ich weiß nicht, aber vielleicht Sophia hat eine Idee. Geh es, ich werde dir sagen. Sie sind in der ersten Führung, nicht in der ersten Führung. Das ist interessant, Doktor. So you completely discount the Supernatural? Completely! If it's Supernatural, you will! There are two people you might want to visit. Charles Sternhardt in Ticard, but she ain't hello. Was very clever. I'm Philippe Costa in the Eastern Island. As a researcher, he's a fart, but he's a sharp razor. Meanwhile, I've got an Atlantian artifact right in front of me. Have you ever heard of Plato's Lost Dialogue? Yes, there are rumors about such a book, but I'd yet to see it. Dr. Sternhardt in Costa. Why did these bees show up here? I am convinced that these travelers came to Earth to form colonies like Atlantis, used in Hyperborea as a spade part. Up north here, we're close today either. It's a perfect land inside. So what's the link between Hyperborea and Atlantis? Right, the Astro Expedition. The one you about to work on. Recently I saw pieces from it. Pieces that are clearly Atlantian. I see. Somebody must have been selling them. Go ahead, blame it all on me. What is this thing you're working on? The Bronster Eel here? It's probably a homing beacon per wayward spaceship. I see. Fine, I'll have it out to the Earth. Well, gotta find those other spaceports. Good luck, fellow believer. Good luck, fellow객. Let's go to the airport. Let's go. Let's go to the airport. I'll have to go to the airport and let's go. Now let's go, let's go. Let's go to the Azor or Tikal. Then we'll go to Tikal. Let's go to Tikal and look. If we have to the Speicherstand. We'll look. Klar. Benutze. Peitsche mit. Es ist nichts zu schütteln. Tja. Was mache ich jetzt hier? Ja. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich habe es geschafft. Hold on. I'm not going anywhere near that snake. Hmm. Super. Das Dschungeltier wird jetzt von der Schlange gefressen und beide fallen runter in den Abgrund. Damit ist der Weg frei. Good old mother nature. Und wenn ich es abbrechen will, wenn ich denke, ich komme nicht mehr weiter, genau dann passiert es, dass ich wieder weiterkomme. Und die Musik ist gut. Und die Musik ist gut. Ach, guck mal, wer ist denn da? Hallo. Hallo. Wie bist du hier gekommen? 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 Wir müssen finden Sturhart. Just a minute. Das ist mein Schuss. Wie bist du hier gekommen? Kann ich mit dir helfen? Postcard? Replicas von den Tempel? Souveninier marks? No, thanks, mister. Charles Sternhoff, PhD. Independent thinker, researcher, and merchant. What can you tell us about Plato's Lost Dialogue? I'm the one who translated it, I can tell you that. I'd worry you were here to steal my last copy, but someone called Mr. Smith beat you to it. I worry you were here to steal my last copy, but someone called Mr. Smith beat you to it. Oh no! What can you tell us about Mr. Smith? He showed up last week. A tall man with a German accent and a pistol. He could have taken all my souvenirs, but he only wanted the Lost Dialogue. What can you tell us about the temple? Glad you asked. The locals claim I am interested. Now I ask you, does this look like the work of primitive savages, or does it seem much too civilized? Can we take a look inside? How do I know that you aren't a pair of silly tourists? I only show the temple to reputable stars. I'm Dr. Indiana Jones, is that Scalina? Indiana? Sounds like the name of one of your states. Or possibly a cat. Actually, it was the name of a dog. Sophia! 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 Was ist das? Wer besser bleibt, das ist nicht die Antwort. Danke, danke. Wir haben jetzt knapp kurz nach zwölf Minuten Aufnahmezeit und ich mache jetzt einen Stopp und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bei was für einem Spiel auch immer. Mal gucken. Bis dann, tschüss.